Musik Gerade weil eben Musik die Chance hat, die Kinder so direkt körperlich, emotional zu erreichen und sie aufzuschließen für das, was Musik ausdrückt. Es ist ja nicht nur für die Oberstufe, für das Zentralabitur zu lernen, sondern sie sollen auch motiviert werden, sie sollen auch Freude haben, sie sollen musizieren, sie sollen im sozialen Sinn auch miteinander Dinge erproben, kreativ werden. Und das ist eine große Chance, gerade für das Fach Musik, natürlich auch neben Kunst und Sport, sozusagen die anderen Fächer, die ergänzend die Kernfächer hier flankieren.